Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Germany. Mehr als nur Depeche Mode, Dave Geyen wird 60. Als Frontmann von Depeche Mode wurde Dave Geyen in den 80er Jahren berühmt. Inzwischen ist der Sänger auch ohne seine Bandkollegen unterwegs. Seinen 60. Geburtstag hätte er beinahe nicht erlebt. Non, jenere Gretterin sang einst Edith Pief, Nein, ich bereue nichts. Bei Dave Geyen ist es wohl etwas komplizierter. Bereuen ist ein seltsames Wort, sagte der Depeche Mode Frontmann kürzlich dem Guardian. So blicke ich nicht mehr auf mein Leben zurück, ich brauche auch keine Ausreden mehr für Entscheidungen, die ich getroffen habe. Gut oder schlecht, sie hatten Konsequenzen. Drogenexzesse, Herzstillstand, Krebs, der charismatische Sänger mit dem berühmten Hüftschwung hat bewegte Jahrzehnte hinter sich. Doch vor seinem 60. Geburtstag, 9. Mai, hat Gahan offenbar seinen Frieden mit der Vergangenheit gemacht. Ich habe ein ziemlich gesegnetes Leben hier, sagte der britische Sänger, der heute in New York lebt. Ich genieße einfach, was ich tue, so viel ich kann. Ein Dandy mit Last 7 Posen Seit über 40 Jahren steht er auf der Bühne, meistens mit Depeche Mode. Schaut man sich heute frühe Musikvideos der Band an, die 1980 im beschaulichen Basildung gegründet wurde, muss man schmunzeln. Bei einem Auftritt in der TV-Sendung, Top of the Pops, von 1981 trägt der Bubi-hafte Gahan ein weißes Sakko und eine schwarze Fliege. Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.